Das Redmi Note 9T ist das günstigste 5G-Smartphone auf dem Markt. Angebot gibt es das sogar schon für 199 Euro. Aber mit dem mittlerweile vierten Redmi Note-Gerät dieser Generation verlieren nicht nur wir den Überblick, sondern auch Xiaomi. Ich frage mich ganz ernsthaft, für wen ist das Note 9T überhaupt gedacht? Da haben wir gerade ein Video zu der Redmi Note-Reihe bzw. zu der Redmi-Reihe gemacht. Da bringt Xiaomi einfach noch zwei weitere Redmi-Geräte dieses Jahr raus. Und zwar das Redmi Note 9T, was ich hier in der Hand halte, und auch noch das Redmi Note 9T. Falls ihr noch gar nichts zur Redmi Note-Reihe gesehen habt, dann verlinken wir euch die Redmi-Übersicht hier. Und ich glaube, wir müssen das Video jetzt aktualisieren. Der Preis liegt eigentlich bei einer UVP von 230 Euro. Im Angebot gibt es das Handy aber schon zum sogenannten Early Bird- bzw. Lockvogelpreis, wenn man böse sein möchte, für 199 Euro. Wir schauen uns jetzt mal an, was man für das Geld hier mit dem Redmi Note 9T so bekommt. Schon das Design beweist, dass es wirklich schwierig ist, das Redmi Note 9T irgendwie in diese Redmi-Reihe einzuordnen. Denn mit einer 6,53 Zoll Bildschirmdiagonale sind wir hier eigentlich bei dem Redmi 9, Redmi 9A, Redmi 9C oder dem normalen Redmi Note 9. Das Note 9S und das Note 9 Pro haben zum Beispiel eine größere 6,67 Zoll Diagonale. Genau wie das normale Note 9 haben wir auch hier die Punchhole oben links. 9S und 9 Pro haben die da oben in der Mitte. Dafür arbeiten wir aber mit einer Full-HD-Plus-Auflösung bei einer Helligkeit von 450 Nits, was ein absoluter Standardwert in dem Preissegment ist und man so auch bei den anderen Note-Geräten bekommt. Tatsächlich ist es eigentlich nicht von dem Note 9 Pro Display zu unterscheiden. Es ist eigentlich genauso hell. Es bietet sogar die ein bisschen bessere Blickwinkelstabilität. Ist natürlich ein IPS-Display, also kein AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 60 Hertz. Hier hat man also nicht zum Beispiel wie bei dem Poco X3 NFC eine 120 Hertz, Bildwiederholrate, womit alles ein bisschen flüssiger wird, sondern ganz klassisch die 60 Hertz. Also für den Preis von 200 Euro ist das aber auf jeden Fall vollkommen okay. Dafür bietet die LCD-Technik natürlich nicht ganz so viele Einstellungsmöglichkeiten. Wir haben aber trotzdem einen Dark-Mode. Das geht mittlerweile auch mit LCD, da braucht man kein AMOLED mehr. Wir haben kein Always-On-Display und natürlich auch keinen Fingerabdrucksensor im Display, der diese AMOLED-Technik benötigt, sondern der wandert hier an die Seite. Und der gefällt mir diesmal ein bisschen besser als bei den Vorgängern, weil der gefühlt einfach ein bisschen schneller reagiert als sonst und auf jeden Fall auch sehr zuverlässig arbeitet. Schaut man sich die Rückseite an, dann haben wir wirklich kaum eine Ähnlichkeit mit irgendeinem anderen Redmi Note-Gerät. Klar, die Kamera ist auch zentral, so wie bei den meisten anderen Geräten. Allerdings erinnert mich dieses Design doch deutlich mehr an das Mi 10T Lite. Was mir ein bisschen besser gefällt als bei dem Mi 10T Lite, ist, dass das hier nicht ganz so weit raussteht. Das heißt auch, wenn man das flach auf den Tisch legt, dann wackelt es nicht allzu sehr, was natürlich einerseits an der zentralen Positionierung von diesem Kameraelement liegt, andererseits aber auch einfach, dass es nicht so weit raussteht. Bin großer Fan dieser Rückseite, auch wenn es nur Kunststoff ist, aber das Material ist nicht ganz so anfällig für Fingerabdrücke. Nicht wie bei den ganzen Glasrückseiten mittlerweile, wo man jeden einzelnen Fingerabdruck sieht. Gefällt mir das hier ganz gut. Ihr bekommt das Note 9T in zwei Farben, schwarz und in diesem coolen Lila, was ich mir hier auch als Testgerät gewünscht hätte. Das Highlight des Redmi Note 9T ist aber natürlich der Prozessor, denn hier drin steckt der Mediatek Dimensity 800U-Prozessor. Der Prozessor ist wirklich der stärkste Prozessor in der ganzen Redmi-Reihe und es siedelt sich damit einfach theoretisch überhalb von dem Redmi Note 9 Pro an. Der hat nämlich in den Benchmark-Ergebnissen noch mal ein paar mehr Punkte, gerade im Antutu-Benchmark, als zum Beispiel der Snapdragon 720G, den wir hier raus kennen und liefert damit echt eine krasse Performance für den Preis. Es ist also wahrscheinlich das leistungsstärkste Smartphone bis 200 Euro. Benchmark-Ergebnisse sind natürlich aber nicht alles. Wir haben natürlich auch so einen Speedtest gemacht und wenn man zum Beispiel das Note 9 Pro mit dem Snapdragon 720G neben das Note 9T legt, dann sieht man auch im direkten Vergleich beim Apps Öffnen und Schließen, dass das Note 9T immer ein bisschen die Nase vorn hat. Nicht unbedingt ausschlaggebend, aber es reagiert immer ein bisschen zügiger. Das hätte ich noch gern in Verbindung mit einer höheren Bildwiederholrate gesehen. Dann wäre es alles noch einen Ticken schneller, aber schon so bekommt man hier eine Menge Leistung, sodass das Note 9T auch durchaus als Budget-Gaming-Smartphone gesehen werden kann. Allerdings hat so ein Mediatek-Prozessor auch seine Nachteile. Gerade im Punkt für Gaming, bei so Spielen wie zum Beispiel Call of Duty Mobile, ist uns aufgefallen, dass man in den Einstellungen des Games ein bisschen weniger Einstellungsmöglichkeiten hat, was zum Beispiel Grafik angeht. Die Auflösung konnte ich nur auf Mittel einstellen und auch die Bildrate nur auf Hoch. Bei so Snapdragon-Prozessoren wie dem 765G zum Beispiel, da hat man einfach noch ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel eine noch höhere Grafikleistung, was dann halt wahrscheinlich einfach an der Optimierung auf die Qualcomm-Chips liegt. Beim Speicher habt ihr zwei Optionen. Ihr kriegt es entweder mit 64 GB oder 128 GB Speicher. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Die 128 GB Version ist sogar mit dem neueren UFS 2.2 Standard versehen. Die 64 GB Variante mit dem UFS 2.1 Standard. Ich meine, wir sind schon mal froh, dass es UFS-Speicher ist. Der ist auf jeden Fall auch schnell genug. Aber keine Sorge, wenn ihr nur Geld für die 64 GB Variante habt. Der Speicher kann tatsächlich auch erweitert werden. Da könnt ihr also einfach eine Micro-SD-Karte reinlegen. Ein bisschen enttäuscht bin ich tatsächlich beim RAM, denn das Handy gibt es nur mit 4 GB RAM. Also in beiden Versionen haben wir nur 4 GB Arbeitsspeicher, LPDDR4X-Arbeitsspeicher natürlich. Und das ist meiner Meinung nach ein bisschen wenig. Gerade für so ein zukunftsorientiertes 5G-Smartphone möchte man da doch eigentlich ein bisschen mehr RAM haben. Zumal gerade auch das Redmi Note 9S in der größeren Variante oder das Note 9 Pro sogar schon 6 GB RAM haben. Also das verwundert mich ein bisschen, dass Xiaomi hier ein bisschen sparsam ist, was sie sonst eigentlich nicht unbedingt sind beim Arbeitsspeicher. Wenn man mehrere Apps offen hat, ist Multitasking schon mal ein bisschen langsamer. Da gibt es leichte Verzögerungen. Noch geht das, aber ich weiß nicht, wie das dann so in ein, zwei Jahren aussieht. Warum verbaut Xiaomi jetzt aber genau diesen Prozessor? Natürlich wegen 5G. Das ist das Feature von dem Redmi Note 9T. Ich habe es eingangs schon gesagt, das ist das günstigste 5G-Smartphone. Man möchte die Technologie weiter nach vorne bringen. Deswegen pusht man die jetzt schon mit mehreren Modellen. Also schon das Mi 10 Lite 5G oder auch das Mi 10T Lite 5G haben die Preisgrenze für ein 5G-Smartphone ordentlich nach unten gedrückt. Und jetzt sind wir hier erstmalig unter der 200-Euro-Grenze gelandet. Und das ist einfach mal eine Ansage. Ich muss leider sagen, wir konnten 5G hier nicht wirklich mit testen. Mangelsvertrag, Mangelsverfügbarkeit. Ich persönlich habe noch keinen 5G-Vertrag. Konnte das deswegen nicht nutzen. Ihr könnt natürlich damit auch 4G nutzen. LTE Band 20 und Band 28 sind auch drin. Spätestens jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich leider bei dem Redmi Note 9T so gar nicht verstehen kann. Denn wir haben hier ein Triple-Kamera-Setup, was ich grundsätzlich gut finde. Ich finde nicht, dass jedes Handy aktuell eine Quad-Kamera benötigt. Allerdings besteht dieses Setup nur aus einem 48-Megapixel-Sensor und zwei 2-Megapixel-Sensoren. Wenn ihr schon länger bei China Gadgets Abonnent seid und schon ein paar Videos von mir gesehen habt, dann wisst ihr auch, dass ich absolut kein Fan von diesen 2-Megapixel-Sensoren bin. Denn die bringen einfach kaum einen Mehrwert. Der 2-Megapixel-Porträt-Sensor hier kommt bei Porträt-Aufnahmen zum Einsatz. Und Xiaomi's Kamerasoftware ist so gut, dass es den Sensor nicht unbedingt benötigt. Das haben wir auch schon in anderen Modellen gesehen. Porträts können sich aber dennoch natürlich sehen lassen. Ich finde die Randerkennung immer noch wirklich sehr gut. Und das Bokeh ist schön natürlich. Ganz anders als bei anderen China-Herstellern. Von daher, Porträtfotos sehen auch auf dem Note 9T für 200 Euro echt sehr, sehr gut aus. Die Makrokamera stößt mir da schon deutlich übler auf. Denn ich bin einfach kein Fan von der Makrokamera. Also ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die wirklich benutzt. Ich benutze die wirklich immer nur als 1, 2, 3 Mal, um das hier auszuprobieren für den Test. Danach mache ich nie wieder ein Makrofoto. Dafür sind die 2 Megapixel dann auch einfach zu gering in der Auflösung, als dass ich davon irgendwie ein geiles Foto hätte. Und die Naheinschallgrenze ist auch nicht gut genug, um dann nah genug dran gehen zu können, um einen richtig schönen Makroeffekt zu haben. Der Hauptsensor ist allerdings ein 48 Megapixel-Sensor. Und das klingt ja schon mal vielversprechend. Dabei handelt es sich aber um den GM1-Sensor. Also den ersten 48 Megapixel-Sensor, den wir schon seit dem Redmi Note 7 kennen, der auch so in dem Redmi Note 8 drin war. Und der zum Beispiel mit dem Redmi Note 9S endlich etwas überholt wurde und in eine zweite Generation gebracht wurde. Und das merkt man tatsächlich auch, denn das Note 9T macht nicht überragend gute Fotos. Das ist kein Kamerasmartphone. Wir nehmen natürlich mit 12 Megapixel effektiv auf, denn auch das Note 9T benutzt die Pixel-Binding-Technologie, in der vier Pixel zu einem zusammengefasst werden. Aber es ist absolut eine schön Wetterkamera. Wenn ihr draußen seid bei schönem Tageslicht, bei einem Sonntagsspaziergang, so wie ich ja bei den Testfotos, dann können die Fotos auf jeden Fall gefallen. Gerade die Schärfe ist ganz gut, wenn man ein Objekt zum Beispiel wie diesen Stein hier da nah heran holt. Das sieht ziemlich gut aus, aber ich finde das Farbprofil irgendwie nicht satt genug. Es wirkt, als wäre es so ein bisschen, wäre so ein Grauschleier da drüber. Aber es ist so ein bisschen flach einfach im Büro bei so Fotos. Da gibt es manchmal auch ganz komische Effekte, wie bei dem einen Foto von mir. Meine Haare sehen komplett weird aus. Der Weißabgleich funktioniert anscheinend irgendwie gefühlt gar nicht. Ist eine Schönwetterkamera, nicht mehr und nicht weniger. Ich wollte erst die Frontkamera richtig loben, denn die kann richtig, richtig scharf sein. Auch gerade hier bei dem Selfie draußen, finde ich, war ich echt beeindruckt, wie gut die Qualität davon ist. Sehr cool, da gefällt mir das Farbprofil auch ein bisschen besser. Aber sobald ich hier im Büro an meinem Platz sitze und ein Selfie mache, sehe ich aus, als wäre ich gerade gestorben. Auch dann im Direktvergleich mit dem Redmi Note 9 Pro, wo dann wenigstens ein bisschen so etwas wie ein Hautton drin ist, der halbwegs akkural ist, auch wenn es vielleicht ein bisschen zugesetzlich ist. Aber das sieht wenigstens halbwegs lebendig aus. Und ja, natürlich ist es bei den gleichen Einstellungen entstanden. Ich weiß nicht, was hier bei dem Redmi Note 9T los ist. Der Akku fällt mit 5000 mAh mal wieder groß aus. Ich meine, die Redmi Note 3 hat generell damals schon die 4000 mAh Akkukapazität etabliert. Mittlerweile ist man bei 5000 mAh angekommen. Und das sorgt auch hier für eine gute Akkulaufzeit. Bei einer Nutzung nur von 4G habe ich in einem Benchmark knapp 18 Stunden erreicht, also etwas mehr als 17 Stunden. Und das ist wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Zwei Tage Laufzeit sind also auf jeden Fall drin. Da sind wir aber mittlerweile eigentlich von Xiaomi und gerade von Redmi gewohnt. Ich kann euch nicht sagen, wie das bei 5G Nutzung aussieht. 5G zieht generell einfach ein bisschen mehr Akku. Aufgeladen wird allerdings nur mit 18 Watt. Das ist nicht ganz so schnell wie zum Beispiel bei dem Note 9 Pro mit 30 Watt. Ein 22,5 Watt Ladegerät liegt im Lieferumfang und eine komplette Aufladung nimmt so circa zwei Stunden in Anspruch. Kabelloses laden geht natürlich nicht mit dem Note 9 Pro. Ein kleines Highlight sind auf jeden Fall die Stereo Speaker. Hier auf der Unterseite natürlich ein Lautsprecher, aber halt auch hier oben. Und das ist so ein Feature, das wir bei Xiaomi mittlerweile öfter sehen. Das ist schön, dass man das nicht so künstlich verknappt und auch einfach in günstigere Smartphones einbaut. Ansonsten gibt es natürlich NFC drin. Wir haben aktuelles Bluetooth 5.1. Wir haben GPS hier drin. Aber das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Wir haben kein AC-WiFi, also kein Wi-Fi 5 quasi. Und das ist ja eigentlich der aktuelle Standard beziehungsweise der noch aktuelle Standard. So langsam wird sich Wi-Fi 6 ja immer mehr etablieren. Das fand ich so ein bisschen komisch. Also ich habe es auch nur auf dem Datenblatt bemerkt. In der Praxis habe ich davon zum Glück nichts bemerkt. Aber falls ihr wisst, dass das bei euch in einem Haus oder in der Wohnung irgendwie wichtig ist, dass ihr da das aktuellere Wi-Fi habt, dann solltet ihr darauf achten. Auf dem Redmi 990 läuft natürlich MIUI. Wie sollte es anders sein? Mittlerweile gibt es ja auch keine Android One Smartphones mehr von Xiaomi. Das basiert auf Android 10. Alle wichtigen Google-Dienste sind vorinstalliert, wie man hier sehen kann. Also Google, Gmail, YouTube ist natürlich auch alles auf Deutsch. Es gibt allerdings wieder ein leichtes Bloatware-Paket. Es hinterlässt immer so einen faden Beigeschmack. Das Gute ist, dass man natürlich alles leicht deinstallieren kann. Aber gut, man kann es natürlich auch verstehen. Irgendwie muss ja auch so ein günstiges Handy finanziert werden. Ihr merkt es schon, das Redmi Note 9T ist super schwer einzuschätzen. Denn einerseits hat es den besten Prozessor der ganzen Redmi-Reihe. Allerdings hat es auch eine schlechtere Kamera als zum Beispiel das Note 9 Pro. Es hat langsameres Laden als das Note 9 Pro. Und es hat weniger RAM als das Note 9 Pro. Dann könnte man es vielleicht zwischen dem Note 9S und dem Note 9 Pro einordnen. Allerdings hat es halt auch die schlechtere Kamera als das Note 9S. Und es hat zumindest je nach Version, weil das Note 9S gibt es auch mit 6 GB RAM, hat es auch weniger RAM als das Note 9S. Klar, der Vorteil ist 5G. Aber wie wichtig ist der für viele von euch? Bis auf 5G hat es sonst kein großes Alleinstellungsmerkmal. Und für rund 200 Euro bietet Xiaomi selbst allein gerade bessere Gesamtpakete. Ich finde, das Redmi Note 9 Pro ist das bessere Gesamtpaket als das Redmi Note 9T. Ich finde auch das Poco X3 NFC ist mit seiner 120 Hz Bildwiederholrate das deutlich bessere Gesamtpaket als das Redmi Note 9T. Und das gibt es auch schon für unter 200 Euro. Ich habe so den Eindruck, dass gerade Leute, die Technik interessiert sind und die sich vielleicht für so ein 5G-Smartphone interessieren, generell halt auch an anderen Rubriken oder Aspekten eines Smartphones, wie einer guten Kamera, einer guten Ladeleistung und viel Arbeitsspeicher interessiert sind. Und den würde ich dann ganz klar eher zu einem Xiaomi Mi 10 Lite 5G raten, wo man nochmal 100 Euro drauflegen muss, aber dann halt auch ein AMOLED-Display und einen deutlich besseren Prozessor und so weiter bekommt. Schade, Xiaomi. Das ist meiner Meinung nach nicht wirklich empfehlenswert. Also an euch, wenn ihr ein 5G-Smartphone wirklich sucht, dann kauft euch lieber das Mi 10 Lite 5G oder von mir aus auch das Mi 10T Lite 5G. Die sind beide nicht so viel teurer. Dann lieber noch einen Monat mehr sparen. Oder wenn ihr ein sehr gutes Smartphone für 200 Euro haben wollt, dann kauft euch entweder das Poco X3 NFC oder hier das Redmi Note 9 Pro. Beide sind insgesamt besser als das Note 9T. Falls ich jetzt irgendwas komplett übersehen habe und ihr jetzt sagt, Torben 5G ist mega geil, ist viel wichtiger als alles andere, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich glaube zwar nicht, dass das Kommentar kommt, aber ich mische mich da auf jeden Fall ein bisschen mit ein. Ansonsten geht es hier rüber zur Review vom Poco X3 NFC, das beste Smartphone für 200 Euro aktuell. Lasst ein Like da, wenn euch dieses etwas kritischere Video gefallen hat. Vergesst nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren für weitere Videos. Und dann war es das schon von mir für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!